Hallo, mein Name ist Stefan Anderling, ich bin der Eigentümer vom Landhaus Friedrichshof. Wir haben hier ein ganz kleines Hotel und seit neuestem betreiben wir hier eine Kaffeebar im Friedrichshof. In dieser Bar wollen wir unseren Gästen diverse Sport-Events, bezeihe Fußball-Bundesliga, Champions League oder ähnliches, dazu, wenn wir uns freuen, möglichst viele Gäste in Zukunft begrüßen zu können. Darüber hinaus sollte die Kaffeebar ein Treffen für gemütliche Stunden sein. Wir wollen auch unsere Räumlichkeiten für Familienfeiern, für Firmenveranstaltungen und dergleichen zu verwenden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nahezu nur viele Gäste und grüßen möchte. Vielen Dank, ich freue mich auf euer Kopf. ZD wir schiefst. Ich freue mich auf uns. Vielen Dank.